Für die aktuelle Saison verspreche ich viel Positives Bruno Labbadia bedeutet mir ja viel Bei der Europameisterschaft 2016 werde ich mit Kroatien auf jeden Fall dabei sein Der HSV landet am Saisonende auf dem Nicht-Abstiegsplatz Cevapcici oder Fischbrötchen? Cevapcici Am meisten ärgert mich in unserer Mannschaft zur Zeit nichts In meiner Freizeit liebe ich es Zuhause zu sein Pierre-Michel Lasogger hat das Zeug eine HSV-Legende zu werden, weil Weil er viele Tore schießt Mein größter Traum ist es einmal Schwert zu sein, eine Familie zu haben Rucksackaffäre, Kabinenzoff, Zungenbiss Das sind für mich Themen die mich nicht interessieren